Katharine ist die erfolgreiche Managerin eines großen Hotels im Herzen von Berlin. Jeder Morgen beginnt für sie sehr früh. Nicht nur, weil ihr Beruf dies verlangt, sondern auch, weil sie die Mutter einer vierjährigen Tochter ist. Jeden Morgen weckt sie ihre Tochter Lina, bereitet ihr Frühstück zu und bringt sie in den Kindergarten. Trotzdem sie oft sehr beschäftigt ist, versucht sie, sich diese Momente des Tages nicht nehmen zu lassen. Denn für sie ist die Familie das Wichtigste. Nachdem Lina im Kindergarten ist, fährt Katharine ins Hotel. Der Alltag dort ist immer voller Herausforderungen. Es gibt immer viel zu tun, Meetings mit den Abteilungsleitern, die Überwachung des Hotelbetriebs, Gespräche mit den Gästen und die Lösung unerwarteter Probleme. Allerdings liebt sie ihre Arbeit und nimmt jede Herausforderung mit einem Lächeln an. Je größer das Hotel, desto mehr Verantwortung hat sie. Sie koordiniert nicht nur die Arbeit ihres Teams, sondern sorgt auch dafür, dass die Gäste zufrieden sind. Deshalb ist ihr Büro immer offen für Anregungen und Beschwerden. In ihrer Mittagspause trifft sie sich oft mit ihrem Ehemann Paul, der in der Nähe arbeitet. Beide nutzen diese Zeit, um sich über ihre Tage auszutauschen und Pläne für den Abend zu machen. Paul ist sehr unterstützend und versteht die Anforderungen von Katharines Job. Er ist ein Architekt und weiß, wie stressig das Stadtleben sein kann. Nach der Arbeit holt Katharine ihre Tochter ab und sie verbringen zusammen Zeit im Park oder gehen einkaufen. Trotzdem es anstrengend sein kann, nach einem langen Arbeitstag noch Energie für familiäre Aktivitäten zu finden, tut Katharine dies gerne. Denn sie möchte, dass Lina eine wunderbare Kindheit hat. Am Wochenende versucht die Familie, aus der Stadt herauszukommen. Sie fahren oft in die Berge oder an Seen. Diese Ausflüge sind für sie sehr wichtig, nicht nur zur Entspannung, sondern auch, um als Familie zusammen zu sein. Einmal im Monat trifft sich Katharine mit ihren Freundinnen. Sie sprechen über alles, Arbeit, Familie, Hobbys. Sie genießt diese Treffen sehr, denn sie helfen ihr, den Kopf frei zu bekommen. Trotz ihrer vielen Verpflichtungen sorgt Katharine immer dafür, dass sie auch Zeit für sich hat. Einmal in der Woche geht sie ins Fitnessstudio oder besucht einen Yoga-Kurs. Dies hilft ihr, sich zu entspannen und den Stress abzubauen. Eines Tages möchte Katharine vielleicht ihr eigenes kleines Boutique-Hotel eröffnen. Allerdings weiß sie, dass dies noch in weiter Ferne liegt. Bis dahin möchte sie so viele Erfahrungen wie möglich sammeln und das Beste aus ihrer aktuellen Position machen. Zusammenfassend kann man sagen, dass Katharine ein sehr erfülltes Leben führt. Sie jongliert zwischen Beruf, Familie und Freizeit und schafft es, alles unter einen Hut zu bekommen. Es ist nicht immer einfach, aber sie gibt ihr Bestes und genießt jeden Moment. Sie ist ein Beispiel dafür, dass man mit harter Arbeit und Hingabe alles erreichen kann. Es ist nicht nur ihre Liebe zur Arbeit, die sie antreibt, sondern auch ihre Liebe zu ihrer Familie. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr denkt Katharine über die nächsten Schritte ihrer Karriere nach. Einmal im Quartal nimmt sie an einer Konferenz für Hotelmanagement teil. Diese Events sind für sie nicht nur eine Möglichkeit zur Weiterbildung, sondern auch eine Chance, wichtige Kontakte zu knüpfen. Allerdings ist es manchmal schwierig, Beruf und Familie zu vereinbaren, besonders wenn die Konferenzen in anderen Städten oder Ländern stattfinden. Deshalb ist sie dankbar für die Unterstützung ihres Ehemannes Paul, der dann die Vaterrolle übernimmt und sicherstellt, dass Lina gut versorgt ist. Katharines Arbeit wird zunehmend anspruchsvoller, denn das Hotel expandiert. Es werden mehr Zimmer und ein neuer Wellnessbereich hinzugefügt. Die Erweiterung bedeutet mehr Gäste und mehr Verantwortlichkeiten für sie. Also setzt sie sich mit ihrem Team zusammen, um einen detaillierten Plan zu erstellen. Mit der Zeit beginnt sie, sich auch ehrenamtlich zu engagieren. Sie unterstützt lokale Wohltätigkeitsorganisationen und organisiert im Hotel Veranstaltungen, um Geld für gute Zwecke zu sammeln. Nicht nur sie, sondern auch ihr Team und ihre Familie sind in diese Aktivitäten involviert. Für Katharine ist es wichtig, etwas an die Gemeinschaft zurückzugeben. Trotzdem der Druck und die Erwartungen steigen, verliert Katharine nie ihr Lächeln oder ihre positive Einstellung. Je mehr Herausforderungen, desto interessanter das Leben, sagt sie oft zu ihren Mitarbeitern und ihrer Familie. Diese Philosophie teilt sie auch mit ihrer Tochter Lina, die sie ermutigt, stets ihr Bestes zu geben und keine Angst vor Herausforderungen zu haben. Katharine plant sogar, einen Kurs in Betriebswirtschaft zu absolvieren, um ihre Fähigkeiten zu erweitern und sich besser auf die Eröffnung ihres eigenen Boutique-Hotels vorzubereiten. Obwohl dies ein ehrgeiziges Ziel ist, ist sie zuversichtlich, dass sie es erreichen kann. Vor allem, weil sie weiß, dass sie von ihrer Familie und ihrem Team unterstützt wird. In all diesen Jahren der harten Arbeit, der Höhen und Tiefen, hat Katharine gelernt, die kleinen Dinge des Lebens zu schätzen. Sei es ein glücklicher Gast, ein erfolgreich abgeschlossenes Projekt oder ein ruhiger Abend mit der Familie, all diese Momente machen das Leben für sie wertvoll. Und obwohl sie bereits viel erreicht hat, ist sie gespannt darauf, was die Zukunft für sie bereithält. So schließt sich der Kreis ihres erfüllten Lebens, das sich stets um die Balance zwischen Beruf und Privatleben, zwischen Verpflichtungen und Wünschen dreht. Es ist ein ständiges Jonglieren, aber eines, das sie mit Herz und Seele meistert. Sie ist ein Beispiel für viele, dass man wirklich alles haben kann, eine erfüllende Karriere, eine liebevolle Familie und Zeit für sich selbst, wenn man bereit ist, hart dafür zu arbeiten und nie die Hoffnung zu verlieren. Mit dieser Geschichte möchte ich zeigen, dass es möglich ist, viele Lebensbereiche erfolgreich zu managen, wenn man sich den Herausforderungen stellt und mit Leidenschaft und Hingabe bei der Sache ist. Dabei ist es wichtig, nicht nur sich selbst, sondern auch die Menschen um sich herum im Blick zu behalten. Denn Erfolg ist nicht nur eine persönliche, sondern auch eine kollektive Leistung. Je mehr die Jahre vergehen, desto mehr freut sich Katharini auch darauf, ein Erbe zu hinterlassen. Sie denkt nicht nur an das Hotel, sondern auch an Lina, die schnell heranwächst und ihre eigenen Interessen entwickelt. In dieser Hinsicht ist sie allerdings auch ein wenig besorgt, denn sie weiß, wie schnell die Zeit vergeht und wie wichtig es ist, die Kindheit ihrer Tochter voll auszukosten. Zu Linas vierten Geburtstag organisiert sie eine besondere Feier im Hotel. Nicht nur Familie und Freunde sind eingeladen, sondern auch einige langjährige Gäste des Hotels, die zu Freunden geworden sind. Katharini sieht dies als eine wunderbare Gelegenheit, berufliche und persönliche Kontakte zu kombinieren. Und tatsächlich wird der Geburtstag ein voller Erfolg. Das ist für Katharini ein klares Zeichen, dass sie auf dem richtigen Weg ist. Im Laufe der Jahre übernimmt Katharini mehr Projekte, die sich nicht nur auf das Hotel beschränken. Sie wird zu einer wichtigen Persönlichkeit in der Tourismusbranche in Berlin, nimmt an verschiedenen Podiumsdiskussionen teil und schreibt Artikel für Fachzeitschriften. Allerdings vergisst sie nie, woher sie kommt und wer ihr auf diesem Weg zur Seite stand. Katharini fühlt sich glücklich und erfüllt. Sie weiß, dass all ihre harte Arbeit Früchte trägt und dass sie ein erfülltes Leben führt. Aber sie ist sich auch bewusst, dass dies nur möglich ist, weil sie ein starkes Unterstützungssystem hat. Ihr Mann Paul, ihre Tochter Lina und ihr kompetentes Team im Hotel sind ihre tägliche Inspiration. Schließlich kommt der Tag, an dem sie ein Angebot erhält, das sie nicht ablehnen kann, die Leitung einer neuen Hotelkette im Ausland. Es wäre eine fantastische Chance, aber auch eine, die sie weit weg von ihrer Familie und ihrem bisherigen Leben führen würde. Nach reiflicher Überlegung und vielen Gesprächen mit ihrer Familie entscheidet sie sich gegen das Angebot. Familie kommt immer zuerst, sagt sie, und alles andere findet seinen Platz. Sie versteht, dass der Schlüssel zum Glück nicht nur im beruflichen Erfolg liegt, sondern auch im persönlichen Wohlstand. Und während sie auf eine strahlende Zukunft für sich, ihre Familie und ihr geliebtes Hotel blickt, ist sie mehr als je zuvor davon überzeugt, dass das Leben eine Reihe von Entscheidungen ist und sie ist froh über die Entscheidungen, die sie getroffen hat. Natürlich ist Katharines Tag nicht immer einfach oder reibungslos. Berlin ist eine Stadt, die nie schläft und ebenso wenig tut das ihr Hotel. Sie muss täglich Probleme lösen, die von technischen Schwierigkeiten in den Zimmern bis zu speziellen Anforderungen der VIP-Gäste reichen. Aber trotzdem liebt sie jede Minute ihrer Arbeit. Denn für sie ist die Zufriedenheit ihrer Gäste und Mitarbeiter die größte Belohnung. Katharine ist auch sehr daran interessiert, das Hotel nachhaltiger zu gestalten. Sie führt verschiedene Initiativen ein, um den ökologischen Fußabdruck des Hotels zu minimieren. Dazu gehört auch eine Partnerschaft mit lokalen Bauern und Produzenten, um die Küche des Hotels mit frischen, lokal angebauten Zutaten zu versorgen. Sie ist der Meinung, dass ein gut geführtes Unternehmen nicht nur profitabel sein sollte, sondern auch sozial und ökologisch verantwortlich. Sie bemüht sich, ihre Vision und Werte nicht nur in ihrer Arbeit, sondern auch in ihrer Rolle als Mutter und Ehefrau umzusetzen. Ihre Tochter Lina ist inzwischen in einem Kindergarten, der ihre kreative Entwicklung fördert. Katharine und ihr Mann Paul versuchen, ihre Tochter zu einer verantwortungsbewussten und mitfühlenden Person zu erziehen. Sie planen Familienausflüge und Aktivitäten, die sowohl lehrreich als auch unterhaltsam sind. Jeden Abend, wenn sie nach Hause kommt, freut sie sich darauf, Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Sie kochen zusammen, besprechen ihren Tag und genießen die kleinen Dinge des Lebens. Und obwohl sie oft müde ist, findet sie in diesen Momenten neue Energie. Sie weiß, dass sie eine glückliche Frau ist, sie hat eine liebevolle Familie und einen Job, den sie liebt. Natürlich gibt es auch schwierige Zeiten. Die Hotelbranche ist hart umkämpft und es gibt immer neue Herausforderungen und Probleme, die gelöst werden müssen. Aber Katharine lässt sich davon nicht entmutigen. Sie ist überzeugt, dass die besten Lösungen aus Teamarbeit entstehen und dass ein Problem nur dann unüberwindbar ist, wenn man aufgibt. Daher ist sie auch eine begeisterte Anhängerin von Fort- und Weiterbildungen. Sie möchte, dass sich ihr Team stetig weiterentwickelt und investiert daher viel in Schulungen und Seminare. Nach einigen Jahren erfolgreicher Arbeit wird Katharine sogar für ihre unternehmerischen Leistungen ausgezeichnet. Das ist für sie ein großer Moment, aber sie weiß, dass dies nur der Anfang ist. Es gibt noch so viel zu tun, so viel zu erreichen. Sie hat große Pläne für die Zukunft des Hotels, von der Expansion in andere Städte bis hin zur Einführung neuer, innovativer Dienstleistungen. Und obwohl sie sehr ehrgeizig ist, vergisst sie nie, was am wichtigsten ist, ihre Familie und ihr Team. Denn sie weiß, dass Erfolg ein kollektives Unterfangen ist, das man nicht alleine erreichen kann. Das ist die Geschichte von Katharine, einer starken, unabhängigen Frau, die sich jeden Tag aufs Neue dafür entscheidet, ihr Bestes zu geben, sowohl im Beruf als auch im Privatleben. Und obwohl der Weg manchmal steinig ist, hat sie nie aufgehört, an sich und ihre Träume zu glauben. Und das ist vielleicht das Wichtigste von allem. Im Laufe der Jahre baut Katharine das Hotel zu einer echten Marke auf. Allerdings ist dies nicht ohne Herausforderungen. Sie wird mit verschiedenen Problemen konfrontiert, von Personalengpässen bis hin zu unerwarteten finanziellen Schwierigkeiten. Aber Katharine bleibt resolut und nutzt jede Krise als Lernmöglichkeit. Je mehr Hindernisse sie überwindet, desto stärker wird sie als Unternehmerin und Liederin. Deshalb beginnt sie, ihre Erfahrungen in Form von Fachartikeln und Blogposts zu teilen. Sie wird zu Branchenkonferenzen eingeladen und nutzt diese Gelegenheiten nicht nur zum Networking, sondern auch zur Weiterbildung. Sie ist immer neugierig und offen für neue Ideen und Ansätze, um ihr Geschäft und ihre Führungsqualitäten zu verbessern. Die Arbeit kann überwältigend sein, aber Katharine weiß, wie wichtig es ist, auch Zeit für sich selbst zu nehmen. Deshalb versucht sie, regelmäßig Sport zu treiben und setzt Hobbys nicht ganz ab. Das Lesen und die Fotografie bieten ihr die Möglichkeit, sich geistig und emotional auszudrücken. Ihr Mann Paul, der ihre Bemühungen immer unterstützt hat, kümmert sich liebevoll um die kleine Lina, wenn Katharine geschäftlich unterwegs ist. Paul selbst hat einen anspruchsvollen Job in der IT-Branche, aber die beiden haben eine klare Vereinbarung, wie sie Arbeit und Familienleben in Einklang bringen können. In den seltenen Momenten der Ruhe genießen sie einfache Dinge, wie spazieren zu gehen, Filme anzusehen oder einfach nur zu reden. Trotz ihrer vollen Terminkalender finden sie immer Zeit für ein monatliches Date Night, um ihre Beziehung frisch und lebendig zu halten. Die kleine Lina wächst in einer Umgebung auf, die von Liebe, Fürsorge und einem starken Sinn für Verantwortung geprägt ist. Sie ist ein fröhliches Kind und zeigt bereits ein großes Interesse an der Kunst. Katharine und Paul planen bereits, sie in verschiedene kreative Kurse einzuschreiben, denn sie glauben fest daran, dass je mehr Möglichkeiten Lina bekommt, desto besser wird sie ihre eigenen Talente und Leidenschaften entdecken. Katharines Eltern, die in Griechenland leben, kommen jedes Jahr für ein paar Wochen nach Berlin, um Zeit mit ihrer Tochter und Enkelin zu verbringen. Diese Besuche sind für Katharine eine schöne Erinnerung an ihre Wurzeln und eine Gelegenheit, Lina mit ihrer griechischen Herkunft vertraut zu machen. Es ist ein kultureller Austausch, der Katharine daran erinnert, wie wichtig es ist, trotz des hektischen Alltags Verbindungen zu pflegen und zu schätzen. Ihr nächster großer Schritt ist die Expansion des Hotels. Sie hat große Träume und ist fest entschlossen, sie wahr werden zu lassen. Schließlich wird ein Grundstück für ein weiteres Hotel in München gekauft. Das Projekt ist enorm, aber Katharine ist aufgeregt und mehr als bereit, die Herausforderung anzunehmen. Sie führt die Verhandlungen selbst und stellt sicher, dass alles nach Plan verläuft. Inzwischen ist sie nicht mehr nur eine Hotelmanagerin in Berlin, sondern eine erfolgreiche Geschäftsfrau, die ihre Marke auf nationaler Ebene ausbaut. Aber trotz aller Erfolge und Fortschritte verliert sie nie aus den Augen, was wirklich wichtig ist, ihre Familie, ihre Mitarbeiter und die unermüdliche Arbeit, die sie in ihre Träume investiert hat. Denn sie weiß, dass man, um wirklich erfolgreich zu sein, nicht nur klug und entschlossen, sondern auch empathisch und dankbar sein muss. Ein neuer Tag dämmerte und dieses Wochenende war ein besonderer für Katharine, da sie endlich etwas Zeit für sich und ihre Familie hatte. Normalerweise war ihr Wochenende von Meetings und Arbeit dominiert, aber dieses Mal hatte sie sich fest vorgenommen, es anders zu machen. Der Freitag begann mit einem unerwarteten Anruf von einem alten Freund aus ihrer Kindheit, Dimitris. Er war auf Geschäftsreise in Berlin und wollte sie unbedingt sehen. Trotz ihrer vollen Agenda beschloss Katharine, ihm ein paar Stunden zu widmen. Nicht nur, weil sie alte Freundschaften schätzte, sondern auch, weil Dimitris in der Tourismusbranche in Indien arbeitete, einem Markt, den Katharine für ihr Hotelgeschäft als sehr lukrativ ansah. Das Treffen mit Dimitris war mehr als erfreulich. Sie sprachen über die alten Zeiten, aber auch über Geschäftliches. Er erzählte ihr von der blühenden Tourismusbranche in Indien und wie deutsche Touristen immer häufiger das Land besuchten. Das brachte Katharine auf eine Idee. Warum nicht ein Partnerhotel in Indien eröffnen? Das Gespräch mit Dimitris war der erste Schritt in diese Richtung. Am Samstag beschloss die Familie, einen Tag im Tiergarten zu verbringen. Lina war besonders aufgeregt, da sie die Tiere liebte. Katharine genoss diese Momente der Einfachheit, wo sie einfach Mutter und Ehefrau sein konnte, ohne sich um die Arbeit zu sorgen. Es war ein sonniger Tag und der Park war voller Leben. Die Familie verbrachte den Tag mit Spaziergängen, Spielen und einem schönen Picknick. Abends gingen sie ins Kino, um den neuesten Animationsfilm anzusehen, auf den Lina sich schon seit Wochen gefreut hatte. Am Sonntagmorgen wurde Katharine jedoch von einem Anruf aus dem Hotel geweckt. Es gab ein Problem mit der Klimaanlage und aufgrund der aktuellen Hitzewelle war das Hotel voller Gäste, die sich beschwerten. Trotz ihres freien Tages sprang Katharine sofort in die Bresche. Sie rief Techniker an und organisierte vorübergehende Lösungen, um die Gäste zufriedenzustellen. Nach ein paar Stunden harter Arbeit war das Problem gelöst und die Gäste waren wieder glücklich. Am Abend dieses turbulenten Tages setzte sich Katharine auf ihren Balkon, schaute in den Sonnenuntergang und reflektierte über die Ereignisse des Wochenendes. Sie war dankbar für die schönen Momente mit ihrer Familie, aber auch für die Gelegenheit, ihre Fähigkeiten als Geschäftsfrau unter Beweis zu stellen. Einige Wochen später reiste sie geschäftlich nach Indien, wo sie von Dimitris herzlich empfangen wurde. Sie besuchte verschiedene Orte, lernte die Kultur kennen und knüpfte wertvolle Geschäftskontakte. Sie war beeindruckt von der Schönheit und Vielfalt des Landes und beschloss, ein Hotel in Mumbai zu eröffnen. Die Reise nach Indien war nicht nur geschäftlich erfolgreich, sondern gab Katharine auch die Möglichkeit, sich selbst zu finden und ihre Perspektive auf das Leben und die Arbeit zu erweitern. Sie kehrte nach Berlin zurück, erfüllt von neuer Energie und Entschlossenheit, ihre Träume zu verwirklichen und gleichzeitig das Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben zu wahren. Einige Monate nach der Rückkehr von ihrer Indienreise fand sich Katharine in einem echten Sommerhitzestressmodus wieder. Durch die anhaltende Hitzewelle in Berlin war das Hotel ausgebucht. Allerdings brachte diese Situation sowohl Chancen als auch Herausforderungen mit sich. Das Hotelpersonal war zwar extrem ausgelastet, aber auch hochmotiviert. Um den Ansturm zu bewältigen, setzte Katharine zusätzliche Schichten und Arbeitskräfte ein. Doch mitten in diesem Trubel bekam Katharine einen Anruf, der ihr Leben auf den Kopf stellte. Ihre kleine Tochter Lina hatte einen Unfall im Kindergarten und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Obwohl das Hotel brummte und jede Minute kostbar war, ließ Katharine alles stehen und liegen und eite zum Krankenhaus. Je mehr sie sich dem Krankenhaus näherte, desto größer wurde ihre Angst. Glücklicherweise war es nur ein kleiner Unfall und Lina würde bald wieder Wohlauf sein. In diesem Moment wurde Katharine klar, wie fragil das Gleichgewicht zwischen ihrer beruflichen und privaten Verantwortung war. Nach dieser stressigen Woche beschloss Katharine, ein Wellnesswochenende für ihre Mitarbeiter zu organisieren. Nicht nur, um ihre harte Arbeit zu belohnen, sondern auch um das Teamgefühl zu stärken. Es war ein voller Erfolg. Katharine wusste, dass ein gutes Team die Grundlage für jeden geschäftlichen Erfolg ist. Allerdings hatte sie auch gelernt, dass die Familie in schwierigen Zeiten unersetzlich ist. Ihr nächstes Projekt, das Partnerhotel in Mumbai, wurde schließlich gestartet und die Planungen liefen auf Hochtouren. Katharine nahm an Videokals mit Dimitris und seinen Geschäftspartnern teil, wobei sie die Zeitverschiebung und ihre Mutterpflichten geschickt managte. Sie fühlte sich wie auf einer Achterbahnfahrt, aber der Nervenkitzel war es wert. Trotzdem machte sie sich Gedanken darüber, wie sie ihre Zeit zwischen Familie und Arbeit besser aufteilen könnte. Dann erhielt sie überraschend Post von einer deutschen Universität. Sie war eingeladen worden, einen Vortrag über erfolgreiche Frauen im Hotelmanagement zu halten. Katharine war stolz und geehrt. Sie sah dies als eine Gelegenheit, nicht nur ihre Erfahrungen zu teilen, sondern auch junge, aufstrebende Talente zu inspirieren. Die Monate vergingen und die Bauforce für das neue Hotel in Mumbai begann. Katharine flog mit ihrer Familie nach Indien, um den Baufortschritt zu überwachen. Dort angekommen, fühlte sie sich sofort heimisch. Ihre Tochter Lina freundete sich mit einheimischen Kindern an und auch ihr Mann fand Gefallen an der indischen Kultur. Es schien, als ob alle Puzzlestücke an ihren Platz fielen. Im darauffolgenden Jahr stießen weitere Herausforderungen auf Katharine. Eine globale Wirtschaftskrise zeichnete sich ab und viele Unternehmen, darunter auch Hotels, spürten die Auswirkungen. Allerdings hatte Katharine vorgesorgt. Durch ihre gute Beziehung zu den Mitarbeitern und effektive Kostenmanagement-Strategien konnte das Hotel in Berlin die schwierige Phase relativ gut überstehen. Im Zuge der Wirtschaftskrise stiegen allerdings die Anforderungen an das Management. Nicht nur, sondern auch in der Mitarbeiterführung musste Katharine ihr ganzes Geschick zeigen. Je mehr Probleme auftauchten, desto mehr wurde sie zur Problemlöserin. Ihre Fähigkeit, schnell und effizient Entscheidungen zu treffen, bewahrte das Unternehmen vor größerem Schaden. Ein weiteres bedeutendes Ereignis war die Fertigstellung des Partnerhotels in Mumbai. Katharine und ihre Familie flogen zur offiziellen Eröffnung nach Indien. Dort traf sie auf Dimitris und andere Geschäftspartner. Obwohl der Aufenthalt kurz war, nutzte sie die Gelegenheit, ihre Tochter Lina der indischen Kultur näher zu bringen. Sie besuchten Tempel, probierten regionale Speisen und genossen die Herzlichkeit der Menschen. Doch trotz aller beruflichen Erfolge und dem Wohlstand, den sie erreicht hatte, fühlte Katharine immer stärker das Bedürfnis, auch sozial etwas beizutragen. Deshalb gründete sie eine Stiftung, die benachteiligten Kindern Bildungsmöglichkeiten bieten sollte. Diese Entscheidung wurde nicht nur von ihrer Familie, sondern auch von ihren Geschäftspartnern und Mitarbeitern unterstützt. Kurze Zeit später fand in Berlin ein Branchentreffen statt, bei dem Katharine eine Auszeichnung für ihr soziales Engagement erhielt. Auch wenn sie sich über die Anerkennung freute, wusste sie, dass der Weg noch lange nicht zu Ende war. Sie wollte weiterhin an sich arbeiten, ihren Horizont erweitern und dabei immer das Wohl ihrer Familie im Blick behalten. In einem ruhigen Moment, als sie abends nach einem anstrengenden Tag im Büro saß, schaute sie auf die Skyline von Berlin und dachte über ihr Leben nach. Sie wusste, dass sie eine seltene Kombination aus beruflichem Erfolg und einer glücklichen Familie hatte. Und obwohl sie sich immer wieder neuen Herausforderungen stellen musste, fühlte sie sich bereit dafür. Denn sie hatte gelernt, dass Erfolg und Glück nicht nur von äußeren Umständen abhängen, sondern vor allem von der inneren Einstellung, mit der man den Dingen begegnet. Am nächsten Wochenende stand ein besonderes Ereignis an, das Sommerfest des Hotels. Katharini wusste, dass es eine große Herausforderung werden würde, insbesondere wegen der anhaltenden Wirtschaftskrise. Trotzdem hatte sie das Gefühl, dass es wichtig war, ein Signal der Stärke und Zuversicht auszusinden, sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Gäste. In der Woche vor dem Fest war Katharini mehr als je zuvor mit Vorbereitungen beschäftigt. Sie koordinierte mit dem Küchenteam ein extravagantes Menü, legte mit dem Eventmanager den Ablauf des Abends fest und organisierte diverse Aktivitäten für die Kinder der Gäste. Je näher der Tag rückte, desto mehr stieg die Anspannung, allerdings auch die Vorfreude. Am Tag des Fests schien die Sonne und die Stimmung war trotz der angespannten wirtschaftlichen Lage ausgelassen. Das Fest war ein voller Erfolg. Die Gäste genossen nicht nur die kulinarischen Köstlichkeiten, sondern auch die Livemusik und die atemberaubende Aussicht auf die Berliner Skyline. Katharini fühlte sich bestätigt, manchmal konnte ein wenig Freude und Normalität in schwierigen Zeiten einen großen Unterschied machen. Im folgenden Monat wurde Katharini zu einer Geschäftskonferenz nach London eingeladen. Es wäre ihre erste Reise ohne ihre Familie seit der Geburt von Lina. Obwohl sie ihre Familie vermissen würde, freute sie sich darauf, denn sie wusste, dass solche Netzwerk-Events für das Hotel und ihre persönliche Karriere unerlässlich waren. In London traf sie auf Geschäftsleute aus der ganzen Welt und konnte wichtige Kontakte knüpfen. Ihre Präsentation über die Bewältigung der Wirtschaftskrise in der Hotelbranche wurde mit großem Interesse aufgenommen. Nach ihrer Rückkehr aus London beschloss sie, eine Kurskorrektur in ihrer Karriere vorzunehmen. Sie hatte schon so viel erreicht, aber das bedeutete auch, dass sie neue Herausforderungen suchen musste. Also begann sie, an einem Projekt zur Erweiterung der Hotelkette in Osteuropa zu arbeiten. Diese neuen Aufgaben erforderten eine Menge Recherchearbeit und strategische Planung, aber Katharini fühlte sich bereit dafür. Während all dieser beruflichen Wirren und Herausforderungen blieb eines immer gleich, ihr Fokus auf die Familie. Jedes Mal, wenn sie abends nach Hause kam, egal wie stressig der Tag auch gewesen war, fand sie in dem Lachen ihrer Tochter und der Unterstützung ihres Mannes die Energie, um weiterzumachen. Am darauf folgenden Wochenende hatte Katharini endlich einige freie Tage. Sie nutzte die Gelegenheit, um mit ihrer Familie einen Kurztrip an die Ostsee zu machen. Nach so viel Stress und Hektik im Berufsalltag war diese Auszeit mehr als willkommen. Die salzige Luft, das Rauschen der Wellen und das Lachen ihrer Tochter am Strand erinnerten sie daran, wie wichtig es ist, trotz des beruflichen Drucks Momente der Ruhe zu finden. Die Zeit an der Ostsee war auch eine Gelegenheit für Katharini, sich auf ihre nächste große Herausforderung vorzubereiten, eine Geschäftsreise nach Indien, um eine mögliche Partnerschaft mit einer dortigen Hotelkette auszuloten. Der Markt in Indien war nicht nur riesig, sondern auch äußerst komplex, daher wollte sie gut vorbereitet sein. Also nutzte sie die Abende am Meer, um sich in die Besonderheiten des indischen Marktes einzulesen und mit ihrem Team vorab Strategien zu diskutieren. Die Reise nach Indien war in jeder Hinsicht ein Abenteuer. Sie besuchte Delhi, Mumbai und Bangalore und traf sich mit verschiedenen Geschäftspartnern. Die Gespräche waren intensiv, aber fruchtbar. Ihre Erfahrung und ihr Wissen über die Branche imponierten ihren indischen Kollegen. Katharini wusste, dass sie nicht nur eine hervorragende Geschäftsfrau, sondern auch eine Botschafterin ihrer Hotelkette und sogar ihrer Heimatstadt Berlin war. Nach zwei Wochen kam sie zurück nach Berlin, erschöpft, aber zufrieden. Die Gespräche hatten zwar keine unmittelbaren Ergebnisse erzielt, aber die Grundlage für zukünftige Kooperationen war gelegt. Das galt als Erfolg in einem Markt, der für seine Komplexität und seine vielen Unwägbarkeiten bekannt ist. Während all dieser Entwicklungen erhielt Katharini die Nachricht, dass ihr Hotel aufgrund des erfolgreichen Sommerfests und der kontinuierlich hohen Gästezufriedenheit einen renommierten Branchenpreis gewonnen hatte. Das war eine wunderbare Bestätigung für all die harte Arbeit, die sie und ihr Team in den letzten Jahren geleistet hatten. Am Ende des Jahres setzte sie sich mit ihrer Familie zusammen, um das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und Pläne für das Kommende zu schmieden. Obwohl sie bereits viel erreicht hatte, war ihr Ehrgeiz ungebrochen. Sie wusste, dass die kommenden Jahre noch viele Herausforderungen, aber auch Chancen bieten würden. Sie war bereit für alles, was da kommen mochte, und sie wusste, dass sie mit der Unterstützung ihrer Familie und ihres Teams alle Hürden nehmen könnte. Und so blickte sie zuversichtlich in die Zukunft voller Pläne und Träume, die es zu verwirklichen galt. Denn sie wusste, je mehr sie investierte, desto größer würden die Belohnungen sein nicht nur für sie, sondern für alle, die Teil ihres Lebens waren. Katharini startete ins neue Jahr mit einer frischen Energie. Allerdings war ihr bewusst, dass der Erfolg des Hotels stetig ausgebaut werden musste. Deshalb führte sie ein neues Schulungsprogramm für das Personal ein, um den Service weiter zu optimieren. Sie wusste, dass qualifiziertes Personal nicht nur ein Schlüssel zum Erfolg war, sondern auch zur Gästezufriedenheit beitrug. Inzwischen war ihre Tochter im Kindergartenalter, und das erforderte eine neue Organisation ihres Familienlebens. Ihr Mann übernahm mehr Verantwortung zu Hause, was Katharini die Möglichkeit gab, sich auf einige zukunftsweisende Projekte zu konzentrieren. Denn neben dem Tagesgeschäft wollte sie das Hotel um einen Wellnessbereich erweitern. Im Frühjahr bekam sie eine überraschende Einladung zu einem internationalen Hotellerie-Kongress in Tokio. Das war eine große Chance, ihr Netzwerk zu erweitern und die neuesten Trends der Branche kennenzulernen. In Japan angekommen, war sie überwältigt von der Gastfreundschaft und den technologischen Innovationen, die sie dort erlebte. Sie führte viele interessante Gespräche und kehrte mit zahlreichen neuen Ideen zurück nach Berlin. Als sie zurückkam, warteten jedoch auch Herausforderungen auf sie. Ein unerwarteter Hitzewelle führte zu einer steigenden Anzahl von Gästen, die kurzfristig buchten. Das Team stand unter Druck, aber Katharini managte die Situation mit Bravour. Nicht nur, dass sie alle Gäste unterbringen konnte, sie sorgte auch dafür, dass trotz der hohen Auslastung der Service nicht litt. Dann kam der Herbst und mit ihm die Zeit, Bilanz zu ziehen. Die Zahlen sahen gut aus und der Wellnessbereich war fast fertig. Zudem hatte sie eine Einladung für eine Geschäftsreise nach Dubai erhalten, wo eine neue Filiale eröffnet werden sollte. Sie war erschöpft, aber glücklich. Trotzdem nahm sie sich die Zeit, mit ihrer Familie ein langes Wochenende in den Alten zu verbringen. Sie wusste, dass die Balance zwischen Beruf und Familie entscheidend war und schätzte diese Momente der Ruhe und des familiären Glücks umso mehr. Am Jahresende saß sie wieder mit ihrer Familie zusammen, um auf das vergangene Jahr zurückzublicken und neue Pläne zu schmieden. Es war ein anstrengendes, aber ungemein erfolgreiches Jahr gewesen. Und während sie dort saß mit einem Glas Wein in der Hand und der Aussicht auf ein neues Jahr voller Möglichkeiten, wusste sie, dass sie auf dem richtigen Weg war. Sie war bereit für die neuen Herausforderungen und Chancen, die sicherlich kommen würden, und blickte optimistisch in die Zukunft. Sie fühlte sich dankbar und zufrieden, denn sie wusste, dass sie trotz der vielen Herausforderungen immer auf die Unterstützung ihrer Familie und ihres Teams zählen konnte. Und das machte alles wertvoll.